Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video möchte ich euch gerne meinen derzeitigen Lieblings-Kopfhörer vorstellen. Warum er mir so gut gefällt, das seht ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Hierbei handelt es sich um den Hoden-Ear aus dem Hause Inline. Auf der Verpackung sind noch einige Features des Köpf-Hörers aufgelistet. Schauen wir doch jetzt erstmal alles an, was sich so noch in der Verpackung befindet. Zum einen haben wir hier eine Stofftransporttasche, wenn man den Kopfhörer mal unterwegs mitnehmen möchte. Des Weiteren ist noch ein 3,5mm Klinkenkabel und ein 3,5mm auf 3,6mm Klinkensteckeradapter enthalten. Doch schauen wir uns nun jetzt erstmal den Kopfhörer etwas genauer an. Der Kopfhörer ist in einem sehr edlen und schlichten Design gehalten. Den Link zu Amazon, den findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was einem sofort ins Auge fällt, das sind die beiden Echtholselemente aus Walnussholz. Das würde ich echt richtig schick aus meiner Meinung nach. Die hochwertige Verarbeitung des Kopfhörers und die verwendeten Materialien gefallen mir hier ebenfalls wirklich sehr gut. Der Bügel des Kopfhörers, der ist aus hochwertigem Aluminium, was den Kopfhörer natürlich nochmal deutlich stabiler macht. Wenn man den Kopfhörer das erste Mal aufsetzt, dann fällt einem sofort der angenehme Tragekomfort und die gute Passgenauigkeit auf. Die Ohrpolster sind hierbei sehr weich gehalten. Und durch den Bügel, der ebenfalls gut gepolstert ist, lässt es dieser Kopfhörer auch ohne Probleme mehrere Stunden am Stück tragen. Höhenverstellbar ist der Kopfhörer ebenfalls. So sollte er eigentlich für jeden Kopf passen. Was mir auch äußerst gut gefällt, ist, dass der Kopfhörer erst nicht so groß und klobig ist, wenn man jetzt halt benutzt. So kann man ihn auch ohne Probleme mal mitnehmen. Das Kabel, das hat eine Textilummantelung und ist 1,2 Meter lang. Das ist eigentlich so die ideale Länge für ein Kopfhörerkabel. Das Kabel wird hierbei allerdings an beiden Ohrmuschetten direkt angeschlossen, ist mir im Alltag aber gar nicht negativ aufgefallen. Ich habe am Anfang gedacht, die können vielleicht etwas stören oder so. Nein, ist wirklich sehr angenehm, man merkt das eigentlich gar nicht. Die Kabelkontakte sind hierbei zudem auch vergoldet, was zu einer besseren Klangübertragung führt. Kommen wir nun zum wichtigsten eines Kopfhörers, dem Klang. Dieser gefällt mir beim Boden ihr wirklich richtig gut. Durch die 50 mm Treiber und eine Impedanz von 32 Ohm hat man hier sehr klare Höhen und auch einen sehr angenehmen Bass, was zu einem sehr guten, abgestimmten Sound führt. Die Remote am Kabel, die ist hierbei lediglich ein Universalknopf, mit dem man Musik starten oder pausieren oder zum Beispiel Lieder überspringen kann. Anrufe lassen sich hierbei ebenfalls annehmen. Schön wäre es aber auch noch gewesen, wenn man hierüber direkt die Lautstärke regeln könnte. Das integrierte Mikrofon geht ebenfalls in Ordnung, der Gegenüber kann man da auch sehr gut verstehen. Und reicht somit für Telefonate eigentlich vollkommen aus. Kommen wir dann jetzt auch schon zum Fazit. Ich finde den Kopfhörer durch das Design optisch richtig gut. Auch nach mehreren Stunden Benutzung sitzt der Kopfhörer weiterhin sehr angenehm und wirkt auf gar keinen Fall störend. Ich benutze diesen Kopfhörer jetzt schon seit einiger Zeit und das auch täglich. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer. Kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Man bekommt ja wirklich sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Zudem ist er auch sehr hochwertig verarbeitet. Abnutzung oder sonstige Beschädigungen habe ich jetzt nach meinem Test. gar nicht feststellen können. Wichtig ist natürlich auch der Sound und es macht auf jeden Fall Spaß damit Musik zu hören. Somit kann ich euch die Kopfhörer dank der Qualität auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie gesagt, der Link, der ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nochmal vorbeigucken. Auch für weitere Informationen, wenn ihr noch etwas haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Ansonsten war es das auch schon wieder von meinem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Könnt gerne einen Daumen nach oben geben oder mich unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.